hallo und herzlich willkommen zur vierten folge von humankind leider wieder ohne gotti ich sehe gerade hier ist mein avatar hier ist mein goddamn avatar wenn ich hier in diesem modus oder keine ahnung whatever ist nicht mehr da was haben wir jetzt nicht genau nachgeschaut ob die musik zu laut oder zu leise ist wir lassen es einfach so judge not an empire by strength of its army by the strength of its army ok da haben wir unsere nordischen stamm die chinesische japanische kultur gegeben warum auch nicht jetzt ist ein bisschen schneller laden würde wäre es auch schon you can toggle the interface by pressing shift plus f 10 shift plus f 10 really auch diese geile musik von dem game ja genau hier waren wir ja hallo warum kann ich dich nicht bewegen ah ich muss den turn erstmal beenden weil er hat es weiter geschafft als ich dachte so wir wollten ja dat hier unten nehmen ne ich habe hier im herzen so ne so ein outpost zu erstellen wir gar nicht gar nicht mehr so schlecht show or hide the primary type of output output food money or a science channel bei a corner also wer dieses eck doch schon geil ne hier unten oh oh in einem dieser Teile hier, was ist das eigentlich? Ach, das schon wieder. Äh, wie sieht es eigentlich mit dem Vorschaum aus? Noch vier Turns, dann ist der Kalender fertig. Ist gut. Letztens hier die Settings, äh, oder ich habe jetzt die Settings hier gefunden. Okay. Aber... Stellen wir mal auf Beautiful um. Unser Quality Level. Oh, es ist Beautiful. Okay. Gut, das kann wieder weg. Ihr bleibt mal hier. Genau. Ey, ich schicke euch weiter zum Erforschen. Ach so, hier. Alter, das ist ein Fluss. Kann ich jetzt hier... Okay. Plus neun, plus zwölf, plus sieben. Sieben, neun, neun, sieben. Acht, zwölf. Sechs, elf. Acht, zehn. Acht, zwei. Elf, acht. Zehn, acht. Zwölf, sechs. Ja, das ist das schönes Beste. Ja, ha. Ja. Ja. Nice, nice, nice. Mehr Land. Let's go. Oh. Wir haben es hier. Salt. Seasoned food adds flavor. But salt. Great secrets, isn't it? Power up. Versace. You must exploit at least two of three de... 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 of this type. Coins zero and research the planet. Oh, Gott. Anstrengende Geschichte schon wieder. Okay, was macht ihr denn? Ja, wir schicken die Mittleren mal durch die Mitte. Euch schicken wir mal hier rüber. Irgendwie ist schon lange kein Event mehr passiert, kann es sein? Au. Okay, wie sieht es in der Hauptstadt aus? Oh, nur noch ein Turn und dann ist unser Markersquader fertig. Infrastructure, present smaller, more specializes part of the city. Therefore, and unlike districts, they need to be placed on a tile. You can think of them as upgrades to the entire city that will grant it a huge rarity of bonuses and can greatly improve the resources about its output of its districts. Learn more about infrastructures and the humankind in too. No, we're gonna... We're gonna... No, we're gonna do it. No, we're gonna do it. Districts exploit the resources of all neighboring tiles. Look at the numbers on the ground to see how resources... Ja, genau, that wissen wir schon. Geil, wir haben jetzt hier so'n... Ne, ich würde gerne auf das Ding... Achso, es braucht noch einen Turn. Gut, ihr gebt da hin. Und euch, wie gesagt, schicken wir hier hin. Oh Gott, ihr seid schon wieder... LOL. Wir können reinsteigen Animal Sanctuary Posts. Oh. Mammut. Das schlachten wir uns. Aber wir haben ja noch nicht viel entdeckt, ne? Jawohl. Oh, ne, da geht's ja noch ein gutes... Ja, ne. Hier so. Egal. Auf jeden Fall... Ach, unser Ding ist hier. Ah. Nice, nice. Wie kommen wir... Hier haben wir jetzt so Industrie-Sachen. Okay, das ist geil. Okay. Turn rein. Äh, entern. Oh. Well, hello there. Nee, das ist mir zu gefährlich. Kusi-Collector, you found a Curiosity Volunteers, providing new Army Warriors next to Hunting-Party. Das sieht natürlich besser aus. Okay. 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 Okay, das ist geil. Okay. 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 So, wir erforschen, unsere Welt. Wir können noch weiter gehen. So, wir haben ja da oben gerade schon entdeckt. Oh, das Mammut ist weg. Nee, da ist es. Oh, damn it. Okay. 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 Okay, das ist... Okay, das ist ein... Ich hasse das. Ah, das wird dann auch so. Okay. Und ein Turn ist unsere Forschung eh fertig. Kalender researched. Now that they are living in permanent settlements, villagers want to track the change of the seasons. Unlocks. Artisan Crawler. Granary. Okay. Gut, jetzt wird eh Irrigation, dann wird Domestication, dann kommt das Rad. Ja, ich weiß, recht spät eigentlich erst, aber die anderen Sachen davor sind ja genauso wichtig. Okay. Wo schicken wir euch denn hin? Wir schicken euch mal zurück in die City. Creole City collected, you found a Creole City. Nice. 40 Geld. Ja. Ihr marschiert mal da rüber. Nice. Da haben wir doch was. Ja. Dauert ein Zug. Oh. Ja. Haha. Das ist jetzt so. Geil. Genau. Ihr macht den hier. Lol. Ja. Warriors. Let's go. Let's go. Okay. Wir haben zwar drei Leute verloren, aber... Leute, das ist ein Sanctuary. Da gehen wir hin. Äh. Ihr geht währenddessen hier weiter. Okay. And turn. Okay. Let's go. Gut. Vielleicht mal hier nach unten. Districts, just like units, have health points. These will rapidly go down if a district is ransacked. Ah, sorry bro. Zerstört das mal. Oh. 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 So weit sind wir schon gekommen. okay culture choosing the nomadic tribe reached the ancient era with the nubians okay ransack successful nice the first civic has been unlocked civics can be seen as the collection of customs traditions and laws that allow you to personalize your empire by creating an unqueue society the game context triggers the emergence of a civic as each one has specific conditions for appearance natural right we claim inherent dominion over the land and beasts oh god divine mandate ours the supremacy is ordained for we are the chosen ones stability and health stability and science stability and science we claim inherent dominion over the land and beasts our supremacy is ordained for we are the chosen ones the first civic is available for you to vote on civics are made available based on the current game context and are voted for they voted or canceled using influence laws will be debated classified and codified for perpetuity historical pretend and tradition serve as the basis of our judgments minus 50 percent on create outpost cost minus 20 percent on attach outpost cost minus 20 percent on absorb city cost I find this better once you discover writing you can literally throw the book at them okay nice what are we here two idle armies yeah you march up back I think that you could heal yourself here yeah and you stay here you found a curiosity animal remains providing eight to ten yeah hallo solltest bitte angreifen warum kann ich da nicht angreifen okay ja komm da muss ich dir eben ein bisschen rum halt wir greifen hier ein tier nach einem anderen an das machen wir gleich nochmal wir hören uns eines nach dem anderen schiefen oh Gott oh Gott sie sind was tot okay ihr geht weiter hier hin hier hin hier greift hier an Kann ich gerade in die Map drehen? Ne. Oh. Da wird neu das Trick gebaut. Oh, das ist in einen Turm fertig. Oh. Oh. Emblematic District. The current culture's Emblematic District is available for construction. Each culture has access to an Emblematic... Ach so, ja, das habe ich ja schon gebaut. Ah, aber wie kann das jetzt... ...cannot be done as a District is already in construction this time. Okay. Okay. Ach, da wird das Ding gebaut. Nice. Ich bin gerade lost, Alter. Ich soll meine Armeen mal zusammenführen. Seid ihr Kämpfer? Ja. Seid ihr Kämpfer? Ja. 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 Hier. Und... Okay. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich mit den anderen anfangen soll. Ich kann schon wieder einen Außenposten bauen. Na ja, gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, Alter, haben wir viel Gold. Unser neuer Distrikt ist fertig. Ne Schule. Ich liebe es. Genau. Wie gesagt, das war's mit der Folge. Lasst einen Like, einen Daumen, einen Daumen, einen Daumen, einen Daumen, einen Daumen. Schaut jetzt auf dem YouTube-Kanal vorbei. Morgen um 18 Uhr geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.